Hallo, mein Name ist Julius Schlick. Ich bin am 16.03.1999 in München geboren. Mein derzeitiger Wohnort ist auch München. Meine Hobbys sind außer Fußball noch Tischtennis und Skifahren. Derzeit gehe ich auf die DFI Privatschule in die 8. Klasse, wo meine Lieblingsfächer Spanisch und Sport sind. Mein derzeitiger Verein ist der DFI Bad Aibling, wo ich auf der linken Verteidigerposition agiere. Meine sportlichen Stärken sind mein linker Fuß, meine Ausdauer und mein Passspiel. Meine sportlichen Schwächen sind dagegen meine Koordination und mein rechter Fuß. Meine charakterischen Stärken sind meine Höflichkeit, meine Hilfsbereitschaft und meine Freundlichkeit. Woran ich dennoch noch arbeiten kann, ist meine Faulheit wegen der Schule und ich bin ungeduldig. Meine Ziele ist ein gutes Abitur zu haben und Fußballprofi zu werden.